Basel Summer Eyes Okay 2010 und Emil Hanci Trophy vom 18. bis 22. August in der St. Jakob Arena mit dem Vize-Schweizer Meister HC Genf Servet, mit dem Titelverteidiger aus St. Petersburg, dem tschechischen Meister sowie mit Slovan Pratislava, Baris Astana und den EHC Basel Sharks. Den Tagespass gibt es ab 20 Franken beim Ticketcorner oder auf der Geschäftsstelle vom EHC Basel.